Das städtische Gymnasium Aalen hat durch die Unterstützung des Fördervereins und großzügiger Spenden der FIA-Stiftung, dem Rotaria-Club und der Stadtwerke Aalen Funktionsgeneratoren angeschafft. Dadurch erweitert die Fachschaft Physik wieder einmal die Möglichkeiten für Schülerexperimente. Experimente stehen in unserem Unterricht immer an erster Stelle, meint Lehrer und Fachvorsitzender Stefan Jahnkort. Aber insbesondere die Experimente, die von den Schülerinnen und Schülern selbst durchgeführt werden, machen das Fach anschaulich und die physikalischen Phänomene greifbar. Mit den neuen Funktionsgeneratoren lassen sich unterschiedliche Arten von Wechselstrom erzeugen und der Einfluss auf die Stromverteilung mit digitalen Messwerterfassungssystemen beobachten. In Zeiten des Fachkräftemangels hoffen Herr Jahnkort und seine Kollegen die Schülerinnen und Schüler am städtischen Gymnasium durch Schülerexperimente für diese naturwissenschaftlichen Phänomene zu begeistern. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.